Trupp-Sporn beim kleinen Arschloch. Das kleine Arschloch führt zwischendurch. Schwerer Fehler, schwerer Fehler. Den er, wie wir leicht sehen konnten, liebe Freunde, mit dem Leben bezahlt hat. Ja, den hab ich. Den hab ich auch noch. Und weg bin ich. Kann ich den in den Felsentrotte? Oh, einen erwischt! Gorillas im Nebel. Wie, wie, wie! Nee, kommt nur auf dem Schiff wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz offensichtlich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefield 5. Auf den Solomon Islands. Auf den salmonellen Inseln. Da hinten kommen sie an. Sie wollen schon flächendeckend... Ein flächendeckender Beschuss. Aber ich verstecke mich erstmal hier im Grün. Wenn sie dann landen, schieße ich sie alle hinterrücks tot. Cool, wie es schießt überall. Alle sind beschäftigt. Jeder hat sein Tun. Was schreit sie sich denn die Seele aus dem Leib? Oh, ein Panzer ist an Land gekommen. Tote und Verletzte gibt es schon zu beklagen. So, dann gucke ich mal hier langsam raus hier aus meinem Drecksloch. Aus meinem Geheimversteck. Oh, da ist ein Panzer im Wasser. So, lass sehen. Oh, da kommt ein Boot. Granate raus. Ja. Den ersten Hinterrücks abgeknallt. Ich brenne. Johnny, Johnny. Johnny, wo bist du? Oh, kleiner Mann. Bin ich hier gelandet? Ach so, au. Das Ding ist schon komplett im Arsch. Ah, ein Verletzter. So, warte doch. Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Der Idiot mit seinem Flammenwerfer sind wir noch hier unten. Jep. Jetzt nicht mehr. Den habe ich schön in den Schädel geschossen. Komm hier hinter in meine Ecke. Ui. Truppsporn beim kleinen Arschloch. Das kleine Arschloch führt zwischendurch. Eines dieser scheiß Panzer. So. Der mir gerade meinen zarten kleinen Arsch aufgerissen hat. Landungsboot da hinten. Ich höre Tippelschritte. Gib, 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 gib. Ja, ja, komm, komm. Schön, schön. Ja, hier wird nicht geschimmelt. Ja, Leute, ich siebe hier. Es geht ab, es geht ab. Hahaha. Mein Plan geht auf hier. Achtung, ein Verletzter. Ja. So, das war die Strafe dafür, dass ich ihn nicht retten konnte. Aber. Noch ist nichts zu spät. Komm, hier. So, nice. Läuft hier am Schnürchen. Hallo, das geht ab hier. Oh, 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 oh. Lauf. Ich höre doch schon. Da unten. Den knall ich von hier oben. Warte da. Schade. Nein. Puh. Ja. Wie er noch zu faul war. Blieb liegen, Alter. Schwerer. Schwerer Fehler. Schwerer Fehler. Schwerer Fehler. Den er, wie wir leicht sehen konnten, liebe Freunde, mit dem Leben bezahlt hat. Wie dumm kann ein Mensch sein? Rettung naht. Komm, die lassen wir hier. Ich hätte es fast übersehen. Die fassen ja keinen Fuß. Die kriegen ja kein Bein auf die Erde, auf unsere Insel. Mann, bleib doch mal am Leben hier. Ich habe mich doch gerade zusammengeflickt. Idiot, lässt sich ja dran abknallen. Da. Jep. Ist da noch einer drin in der Kiste? Was? Sie sind schon wieder da am Land? Alter. Hier waren sie doch. Oh ja. Meute, Meute, Meute. Meute. Dieser Rattenfurz. Da hinten. Sie wollen unsere Insel erobern. Drängt sie zurück. So nicht. Na ja, mal sehen. Vielleicht lassen sich ja mal ein paar Gesellen blicken. Innen wird er geschossen. Innen wird er geschossen. Wer labert mich dazu? Sag mal. Wir kommen schnell zu unserem geheimen Treffpunkt. Keiner hier. Schießt da was? Au. Hallo. Au. Kriegsverneid sein. Au. Eigentlich nur von hinten da. Ist egal. Gefühlt kam es von überall her. So. Letzter Run für heute. Müdigkeit nackt an meinen Beinen. Granate raus. Oh. Lief da hinten. Oh. Scheiße. 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 Ja. Den hab ich. Hinter mir. Den hab ich auch noch. Und weg bin ich. Naja. 162. Medizin. 162 Leute. 158 jetzt noch. Oh. Und da hinten hinterm Stapel Holz. Oh. Scheiße. Ah. Oh. Wie vom Blitz getroffen, Junge. Mist. Hätte doch nicht mal eine Sekunde länger am Leben bleiben können. Oh. Da unten ist ein Panzer. Rechts war ein Panzer. Ich höre Tippelschritte. Au. Ich höre Schritt. Aber ich seh niemanden. Da war er. Mann, ich hänge fest. Wer schießt denn hier? Sag mal. Sag mal. Wieso hab ich den nicht erschaffen? Nein. Nein. Komm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Bist du blind? Schön Jungs. Schön Jungs. Da. Medizin. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Alter. Er ist bei uns. Danke, lieber Zeitgenosse. Oh. Er ist fleißig. Medizin. Schade. Hat mir meinen Verletzten mehr gerettet. Medizin. Ich bin hauptberuflich Arzt. Ich bin hauptberuflich Arzt. Ich bin hauptberuflich Arzt. Oh. Scheiße. Panzer. Da kann ich nicht viel machen. Er hat aufgegeben, der Idiot. Ich wollte ihn grad retten. Obwohl bei uns... Na ja, es ist schon wichtig auch Leute zu retten jetzt hier von unserer Seite aus. Weil sonst können sie ja doch noch durchbrechen. Wir verlieren zwar keine Seelen. Wir haben unendlich, sozusagen. Aber... Wir wollen ja auch gewinnen. Wir haben so gut wie gewonnen. Sehr schön. Sicher ist sicher. Da hab ich die hingeworfen, ob die was bringt. Ah, die war für den Arsch. Aber... Meute! Nachladen. Stirn vor. Schön. Wieder zurück, zurück, zurück. Gib, gib. Komm halt rein hier. Halt einfach rein. Halt einfach rein den Rübel. War nicht gegen den Felsentrotte. Oh! Einen erwischt! Gorillas im Nebel. Ich hab' da was gesehen grad. Pass auf, pass auf. Ey, die haben ja gleich abgegessen, Junge. 16 Leute... 15 Leute noch. Das wird nichts mehr. Au! Die Insel haben sie noch nicht mal mit den Füßen betreten so richtig. ich eigentlich, geschweige denn auch nur einen Punkt erobert. Ich habe hinter mein Regal. Jetzt warte ich hier wieder wie das listige Stachelschwein, aber es sind nur noch drei Leute, es sind zwei Leute noch, es wird nichts mehr, hier kommt keiner mehr. Schade, aber den haben wir ordentlich den Arsch aufgerissen, würde ich sagen. Dann kommt noch ein Board, aber es dürfte es gewesen sein. 19 Kills, naja. Ja, deutlicher Sieg, ja, hat Spaß gemacht, wenn man so will. Bis dahin, tschüssi, danke fürs Reinschauen, lasst ein Like und ein Abo da. Ja, super, tschüssi. Ja, super, tschüssi.